Hallo zusammen, in diesem Video zeige ich euch die Quest der alte Ritter anzunehmen bei Taelia in Boralus, in diesem Gebiet. Also ziemlich groß, weil Taelia läuft euch nach, wenn ihr euch bewegt zu diesem Quest-Zeitpunkt, sage ich mal. Hab sie also angenommen und zeige euch, wo ihr hin müsst. Falls euch das Video hilft, dürft ihr gerne einen Daumen hoch geben. Was euch auch hilft, ist, wenn ihr das Video teilt, weil je mehr Leute das Video kennen, umso mehr können euch helfen. Ich bin jetzt abgestiegen, normal kann man hier noch ein bisschen weitern und die nächste Sequenz könnte ein bisschen verbuggt angezeigt werden. Ja, genau. Aber sie normalisiert sich im Laufe des Videos bzw. im Laufe der Szene. Das Ganze sieht ein bisschen anders aus, normalerweise. Lady Aschenwind? Dient ihr Lady Aschenwind? Ist das Lady Aschenwinds Wappen auf eurem Schild? Nein, Herr. Nein, er hat cool Terrasse. Ihr trat das Wappen der Praxis. Ihr seid vermutlich ein Schickeres Video, sage ich mal. Das Ganze ist hier in der Beta und auch nicht ganz flüssig, sage ich mal. König Graumähne, es ist nur eine Ehre. Es steht euch frei, so lange im Hafen zu bleiben, wie nötig. Und jetzt darf ich mit Tarsten Jammertal sprechen. Telja, bereite deine Lagerbesprechung für unsere Gäste vor. So, ihn anklicken und die Sprechplätze hier anklicken. Jemals Schwäche zeigen. Nun quatscht er ziemlich lang. Könnt ihr gerne mitlesen. Na klar. Was soll man auch hin? Vor vielen Jahren war ich in einer Schlacht. War es im Zweiten Krieg? Schwer, den Überblick zu behalten. Ein Kampfpott der Orks hatte unser Schiff getroffen. Rumpfsplitter schossen übers ganze Deck und bohrten sich in meinen Freund. Danach sollte er heimgeschickt werden. Aber er war ein alter Dickkopf. Wollte erst gehen, wenn der Krieg gewonnen war. Über ein Abo würde ich mich auch freuen. Da bin ich nicht abgeneigt. Abgeneigt. Ein paar Tage später wachte er verschwitzt und schreiend auf. Infektionen hatten seine Gedärme zerfressen. Mein Freund erlebte den nächsten Tag nicht. Als er endlich um Hilfe bat, war es schon zu spät. Kul-Tiras leckt immer noch seine Wunden vom Dritten Krieg. Und niemand hat so Tiefe wie Catherine Pracht mehr. Aber sie ist fehlgeleitet. Ihre Berater verbergen die Infektion vor ihr, die sich in unserem Königreich verbreitet hat. Gleich ist es Ende. Jetzt. Was ist abzugeben bei Taelia in Oralus. In dieser Position. Wie ich in dieses Gebäude gekommen bin, sieht man im Laufe des Videos. Offensierlich konnte ich euch helfen. Ciao.